Ich denke, viele von euch kennen die Firma Elite. Elite stellt ja diese grünen Nadelmodule her, hat man öfter schon mal gesehen. Ich habe die auch ab und zu mal bei euch in die Pakete mit drin, wenn ihr bei mir im Shop bestellt. Die Firma Elite hatte gesehen, dass ich den Mastdrucker vorgestellt hatte, zusammen mit diesem ATS-Drucker. Jetzt haben sie mich gefragt, ob ich nicht Bock hätte, hier ihren Pocket S6 mal vorzustellen. Denn ich denke, so ein Stencil-Drucker ist in der heutigen Zeit einfach gar nicht mehr wegzudenken. Obwohl ich immer noch der Meinung bin, das erste, wenn man mit dem Tätowieren anfängt, sollte kein Thermodrucker sein oder generell kein Stencil-Drucker. Das Geld kann man sich am Anfang sparen, macht man seine Stencils mit der Hand noch, funktioniert super, haben wir auch ganz viele Jahre lang gemacht. Allerdings kommt dann irgendwann der Punkt, da möchte man mal so ein Pattern machen als Tattoo oder auch ein großes Mandala. Naja, und dann die Bequemlichkeit siegt und dann möchte man sich irgendwie einen Stencil-Drucker besorgen. Die erste Anschaffung so ein Inkjet-Drucker ist natürlich ein hoher Kostenfaktor. Lohnt sich meiner Meinung nach nur, wenn man wirklich einen Studioalltag hat mit wenigstens alle zwei Tage einem Tattoo. So ein Thermodrucker, der hat keine Wartungskosten, der kann nicht eintrocknen, eigentlich eine ziemlich coole Sache. Also begibt man sich auf die Suche, was könnte man sich für einen holen. Dann stößt man ziemlich schnell auf irgendwelche Brava-Drucker, die in den Online-Shops angeboten werden. Jedoch kosten die richtig viel Geld. Also schaut man ein bisschen weiter. Und irgendwann kommt man dann in Fernost an. Das Problem bei diesen Druckern ist, dass sie ein völlig anderes Verständnis haben von DIN A4. Also kann es passieren, ihr kauft euch einen Drucker und könnt anschließend jedes Stencil-Papier an der Seite abschneiden, damit das in diesen Drucker reinpasst. So wie wir das bei den Mastdrucker hatten. Und das ist definitiv wirklich nervig. Deshalb stelle ich euch heute hier diesen Elite-Drucker vor. Der kann die ganz regulären DIN A4-Seiten. Ich würde sagen, wir schauen uns den Drucker mal an. Im Endeffekt sind das alles so ein bisschen die gleichen Vorgehensweisen. Was sich ein bisschen verändert, sind natürlich die eigens dafür entwickelten Apps. Da gibt es mittlerweile auch schon so ein paar kleine Unterschiede. Hier bei dem Elite-Drucker finde ich die App ziemlich gut. Und auch den Drucker finde ich ziemlich gut. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob ich den sogar einen Ticken besser finde als den ATS-Drucker. Allerdings ist er super schnell. Er brennt nicht fest. Ja, er macht im Prinzip, was er soll. Was mich so ein bisschen stört bei, egal bei allen Thermodruckern, ist, dass ihr dieses Bild auf eurem iPad sozusagen oder PC, wie auch immer, ihr müsst das erst separat abspeichern. Bei mir beim Inkjet-Drucker finde ich das halt gut, dass ich bei Procreate direkt auf Teilen drucken und er druckt das direkt aus. Bei den gesamten Thermodruckern müsst ihr erst das Bild abspeichern, dann in der App öffnen und von da aus ausdrucken. Das ist dann ein Schritt mehr und das ist natürlich so ein Bequemlichkeitsproblem. Aber ich denke, ja, weiß ich nicht. Apple lässt das irgendwie nicht zu. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ich würde sagen, ich schalte mal eben um und dann schauen wir uns den Drucker einfach mal kurz an. Der kommt hier in so einem recht schicken schwarzen Karton. Wir haben natürlich die App hier für im Google Play drin oder im App Store. Wir haben 1000 mAh Akku und Bluetooth. Wir haben Drucker typisch hier diese kleine Tasche mit bei. Das ist auch irgendwie bei allen Druckern gleich. Wir haben hier diesen Test-Stancil-Ausdruck, aber da machen wir gleich nochmal selber ein. Wir können ihn laden mit USB-C auf USB-A. Da haben wir hier noch so eine kleine Schutzhülle und da haben wir dann auch schon den Drucker. Bei dem Drucker können wir hier ganz normal können wir ihn anmachen, laden können wir ihn über USB. Wir können ihn aber auch über USB an einem PC anschließen. Ansonsten, wenn ihr hier drin mal sauber machen müsst oder ihr habt irgendwie einen Papierstau, dass ihr dort rankommen wollt, habt ihr hier eine Taste. Die drückt ihr rein und dann kommt ihr ganz gut an diese Rolle ran und könnt das Papier rausziehen. Dann würde ich mal sagen, kommen wir mal kurz zum Ausdrucken. Ich nutze zum Ausdrucken oder generell fast nur das Spirit-Papier. Ich habe natürlich im Shop auch ein anderes Papier, habe aber festgestellt, dass ganz viele Stencil-Papiere, die so jetzt auf den Markt kommen, die sind in den meisten Fällen, glaube ich, nur umgelabelt. Ich habe hier auch mehrere Kartons und wenn man die aufmacht und man würde die ganzen Blätter durcheinander mischen, dann erkennt man nicht mehr, von welches, welches gehört. Aber ich denke, das gehört jetzt hier einfach nicht mit hin. Deswegen drucke ich das hier einfach nur mit dem Spirit-Papier aus. Hier bei diesem Spirit-Papier ist es so, manche Leute drucken das komplett so aus. Die setzen das so rein und drucken das aus. Ich weiß, dass das auch bei einigen funktioniert. Allerdings bin ich ein Freund davon, ich entferne das gelbe Blatt. Ich mache das aus dem Grund, dass dadurch der Druck einfach ein bisschen intensiver wird. Dann ist es natürlich noch wichtig, dass wir die Zwischeneinlage rausnehmen und dann können wir einfach das Papier hier oben schön sauber einfädeln. Wenn wir jetzt unser Stencil-Blatt haben, hier müsste man das dann im Procreate, wir speichern das einfach ab, gehen dann in diese Elite rein, wählen den Printer. Was hier ganz cool ist, wir können auch einen Poster-Druck machen. Also wenn wir mal einen Druck brauchen, der mehrere DIN-A4-Seiten hat, dann können wir auch einen Poster-Druck machen. Das ist ziemlich cool. Oder wir können halt ein Einzelbild ausdrucken. Hier können wir jetzt noch aussuchen, ob wir ein kurzes Papier nehmen oder ein langes Papier. Ich habe ja auch dieses extra lange, habe ich bei mir auch im Shop. Jetzt wählen wir hier einfach das kurze, das ist halt dieses 11 Zoll und suchen uns jetzt ein Bild raus. Hier bei der App ist es schön, wir sehen hier oben diese Abrisskante, das finde ich ganz cool. Und wir sehen auch die DIN-A4-Seite und können das jetzt hier noch hin und her schieben oder auch vergrößern, so wie wir das haben wollen. Hier bei der App gefällt mir wirklich, dass wir die gesamte DIN-A4-Seite sehen. So kann man das ein bisschen einstellen und sieht dann so ungefähr, wie groß muss das. Wenn wir dann fertig sind, drücken wir einfach nur noch hier oben auf den Drucker. Jetzt können wir entweder in Light, Medium, Dark oder Tief, Dunkel machen und wir lassen das einfach mal so und drücken mal auf Print. Ich ziehe das Stencil immer so leicht nach, falls er sich dann doch mal ganz kurz festhängt, kann man da immer noch ein bisschen gegenwirken, indem man ihn so leicht zieht. Dann haben wir das Stencil im Prinzip schon hier oben drauf. Ich finde, die Stencil-Qualität ist sehr gut, also das macht im Prinzip, was es soll. Eigentlich eine wirklich coole Sache. Ja, im Endeffekt gibt es gar nicht so viel über diesen Drucker zu sagen. Man kennt diese Drucker, ich habe die ATS-Drucker schon vorgestellt, die machen alle dasselbe. Wenn ihr euch ein Brava kauft, die machen genau dasselbe. Diese Drucker funktionieren natürlich nur mit Thermo-Stencil-Papier. Wenn ihr einen Freehand-Stencil nutzt und wollt das da durchschieben, dann wird das nicht funktionieren. Ihr bekommt natürlich die Spirit-Thermo-Papier oder halt auch eine kostengünstigere Alternative bekommt ihr natürlich auch bei mir mit im Shop. Wenn euch dieser Drucker gefällt, dann bekommt ihr natürlich einen Link dazu und ihr bekommt auch 20% Rabatt, sind das glaube ich. Das hatten sie mir noch geschrieben. Das verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Mein Segen habt ihr. Ich finde den Drucker ziemlich cool. Ich hatte den auch, wo ich den Maddi hier hatte, haben wir auch ein bisschen mit gedruckt. Er macht das, was er soll. Hier kommt es wirklich ein bisschen drauf an, was ist das für eine App. Und die App, die ist wirklich gut. Ihr könnt schön einschätzen, wie groß ist das DIN A4-Feld. Ich mache das ja öfter mal so, dass ich, wie groß muss denn so ein Tattoo nun sein? Dann nehme ich mir halt einfach eine DIN A4-Seite, halte das mal so ran. Und dann kann ich halbwegs abschätzen, ist es eine halbe DIN A4 oder eine ganze. Und wenn ich hier auf der App meine ganze DIN A4-Seite sehe, dann kann ich natürlich das Motiv so ein bisschen einschätzen. Wo muss es hin? Das funktioniert hier sehr gut. Das hatte mir bei der Mast-App nicht ganz so gut gefallen. Wie gesagt, mein Segen. Habt ihr den Link dazu? Gibt es unten in der Videobeschreibung. Ansonsten könnt ihr gerne meinen Shop austesten. Ich versuche die besten Preise zu machen, den schnellsten Versand. Und bin hier raus aus diesem Kurzvideo und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Und sage wie immer, macht's gut und bleibt gesund.